So, hier sieht man jetzt nochmal die Kartoffeln und die Spuren der Wühlmäuse und im folgenden seht ihr einen weiteren Gartenvlog. Viel Spaß! Heute wird der einjährige Beifuß geerntet. Er ist jetzt nämlich soweit, dass man ihn erntet. Mit diesem Tool hier werde ich den jetzt unten abzwicken. Die Pflanze ist kurz vor der Blüte. Das ist der ideale Zeitpunkt, um die zu ernten. Zu Hause werde ich die dann aufhängen, trocknen und Tee draus machen. Kurz die Kamera hier positionieren und jetzt eben ganz unten abmachen. Erstmal rankommen. So. Zack. Das seht ihr, ganz schön dick wird zum Teil. Ja, der Beifuß, der wurde in den 70ern bekannt als Wirkstoff gegen Malaria. Da gab es auch mal einen Nobelpreis für eine Pharmakologin aus China. Da muss ich aber den Namen noch raussuchen und hier einmal einblenden. Ja, und auch die Wirksamkeit gegen das Coronavirus wird derzeit untersucht. So kam ich auch letztes Jahr drauf, mal den Beifuß anzupflanzen. Jetzt ist es auch Zeit, mal eine Staudenzellerie zu ernten. Der geht recht schwer raus. Ich will den mal mit den Wurzeln rausziehen. Ein bisschen freigehackt, aber es sitzt sehr gut. So, wieder zu. Oh, direkt eine Zwiebel mit rausgeholt. Wobei, die kann ich jetzt eigentlich auch hier reinsetzen. Platz an der Sonne. Ja, auch die Paprika werde ich heute alle mal ernten. Hier habe ich ja gelbe Paprika. Gibt es bekanntlich in grün, gelb, rot und so ein paar Zwischentönen. Immer spannend, wenn man nicht so ganz genau weiß, ob die dann noch die Farbe wechselt oder wann sie dann reif ist. Aber meine sind auf jeden Fall fertig hier, die gelben. Ein paar Rote habe ich auch noch nebenan. Zeige ich euch nachher. Ja, und vielleicht interessant jetzt nochmal der Fakt, dass Paprika deutlich mehr Vitamin C enthalten wie die ein oder andere Zitrusfrucht, also wie Zitronen oder Orangen. Selbst gedünstet hat so eine Paprika noch drei bis viermal so viel Vitamin C wie so eine Frucht. So, die gelben sind geerntet. Da liegen sie. Und jetzt, wie gesagt, hier noch ein paar Rote. Ein paar. Und hier die große Grüne, die mache ich auch noch ab. Ich freue mich jetzt schon auf die Gemüsepfanne. Mit viel Vitamin C. Mhh. Kann man alles hier sammeln, aber die hier, sehe ich gerade, die lasse ich doch den Schnecken hier. Dann schauen wir mal bei der Roten Beete vorbei. Machen da mal ein paar raus. Ich mache noch nicht alle raus, sondern immer so nach Bedarf. So einen schönen Rote-Beete-Saft oder einen Rote-Beete-Salat. Ich habe hier zwei verschiedene Sorten im Beet. Ein Rote-Beete-Beet. Schnell die Blätter weg, dann zeige ich euch das Ding. Das sieht immer schon aus wie so ein Herz. Zack. Und durch, ja, die rote Farbe oder den Saft, dachte man auch immer schnell an Blut. Und das hat sich auch als, ja, richtige Spur erwiesen. Denn Rote-Beete, sehr gut. Fürs Blut, für die Bildung von roten Blutkörperchen. Darum nehmen wir gerne mit hier. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Landgurke entdeckt. Sehr toll. Dass da doch noch was rauskommt, ja. Danke, ranke, sage ich mal. Hier neben dem Kürbis, da ist der Salat ganz schön hochgeschossen. Zu hoch. Ja, und darum, für die Übersichtlichkeit, mache ich den mal raus. Die zwei. So. Und da freuen sich auch die Schnecken. Und dann kommen die schon hier rein. Haben die hinten was zu tun. Guten Appetit. Ja, auch sonst habe ich die Kontrolle über den Salat etwas verloren. Ich zeige euch mal hier. Da blüht es schon richtig. Aber kann man ja mal ausprobieren, ob der sich halt aussäht fürs nächste Jahr. Und hier, da brauche ich ja noch meine Hacke. Dann apropos probieren, mit dem Fenchel. Wollte ich jetzt auch mal testen, ob der sich wieder, ja, ob der wieder anwächst. Weil, ja, ihr wisst ja, wenn ihr die Gartenflux geguckt habt, mit dem Rettich, da hat es funktioniert. Und jetzt hier so ein kleiner, ja, Vereinzelungsversuch. Den können wir doch mal starten. Und das hier brauchen wir nicht. Das auch nicht. Und das auch nicht. Ja, dann machen wir hier einfach nochmal den Fenchel rein. In den guten Boden. Und, ja, dann beobachte ich das mal. Ob der nochmal anwächst. Ja, und damit man es wirklich weiß, mache ich das mit zwei Pflänzchen. Und dann, so, gieße ich da noch ein bisschen an, damit die Erde richtig sitzt. Da, ja, da teste ich noch viel rum, da bin ich noch am Erfahrungen sammeln. Aber ich bin guter Dinge. Und, ja, ihr wisst ja hier, ein bisschen weiter rechts, da hat es gut geklappt. Hier mit dem Rettich. Drei Stück habe ich. Einen mache ich jetzt mal raus. Die, ja, das ist eigentlich ganz gut verkraftet. Klar, die Blätter und so sehen jetzt nicht ganz so toll aus. Aber, guckt mal hier. Sieht doch ordentlich aus, hier ist so ein Rettich. Oh, da kommen richtig die Gefühle von einem Erfolgserlebnis hoch. Ja, in jedem Fall guter Boden. Einen Fentyl jetzt noch kurz angießen. Und dann zeige ich euch noch ein paar Helfer. Hier sitzt schon mal einer. Da, der beendet gerade seine Patrouille. Zwicky, der Ohrzwicker. Ah, grüzi, servus und hallo. Der macht hier noch die Qualitätskontrolle. Und dann darf ich den Kolben hier ernten und mitnehmen. Und dann zeige ich euch gleich mal nochmal, wo Zwicky wohnt. Denn wenn ihr Ohrzwicker wollt im Garten, und die sind ja durchaus nützlich, dann macht ihr hier einfach so einen Topf auf so einen Stock mit Stroh drin. Und da drin nisten die sich dann ein. Jetzt ist hier gerade keiner drin. Und ja, die kümmern sich dann um die Erdflöhe und Läuse. Und ja, so. Räumen halt auf, hier im Garten. Kurz hier reinschauen. Vielleicht sieht man da einen. Ah ja, da seht ihr den. Hier. Ja, vom einjährigen Beifuß werde ich ein paar Stecklinge ziehen. Hier habe ich dementsprechend, habe ich hier jetzt schon ein paar zum Wasserglas gestellt. Aber dazu dann mehr in einem der kommenden Gartenfloks. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.